Können wir bei Gelegenheit, ich glaube, wir müssen da hin. Kann man sich immer noch ein bisschen umschauen, aber ich will... Ist das hier der Boss? Ich verpiss mich mal ganz kurz, ich will die auseinanderreihen. So geht es übrigens auch, wenn man Granaten hat. Kann man in Ruhe sammeln. Die Waffe finde ich schon ein bisschen langsam leider. Ja, das muss ich mal ignorieren, weil der zeigt was an, was... Ach scheiße. Das ist wieder sowas wie ein Rätsel. Also ich darf mich wahrscheinlich nicht treffen lassen. Das ist ein Rätsel. Das war jetzt ein bisschen heiß. Dieses Standort unten, das kann nicht stimmen. Da geht der Tür auf. Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Also Jägerin habe ich schon mal. Okay. Ich will nur mal gucken, ob ich hier was... Ob hier irgendwas ist. Beschwerden als mit... Als Begleiter kann ich nicht, oder? Nee, Baugebiet wird benötigt. Okay. Okay. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal einmal zurück. So. Ja. Habe ich jetzt nicht selbst gesehen mit dem Denkensier. Gut. Dann haben wir das. Jägerin lebt. Vielleicht können sie dir noch das eine oder andere über das Überleben erzählen. in den verhüten Ländern beibringen. Ja. Mal gucken. Wollen wir sie erstmal... Ja. 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 Salz finden. Salz habe ich schon gefunden. Es mangelt also an vielen Dingen. Ohne ständige Versorgung. Mit Salz wird es schwierig sein. Fälzes zu konservieren. Ich bin vielleicht nicht von hier, aber ich kenne das Land sehr gut. Hier. 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 Ich werde einen Ort, an dem es Salz gibt, in deinen Tagebuchvermerken. Enttäusch mich nicht. Ich habe tatsächlich schon Salz gefunden eigentlich. Schrotpfeile. Gucken wir mal kurz mal was es hier gibt. Trockengestell verwendet Salz, um Fälle für weitere Verwendung zu konservieren. In der Nähe einer Jägerin platzieren. Aus typical system oder SpенowANAlerweile Coань. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.